hallo freunde der virtuellen realität schön dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen video und ja die firma fiber hat mir zwei artikel zur verfügung gestellt die ich testen kann für euch und ja wir haben an der pico ja keine klinkenbuchse und da habe ich ja schon mal ein video zu gemacht zu einem anderen artikel aber jetzt zeige ich euch den fiber artikel hier haben wir das gute stück das wird in die pico eingesteckt usb c dann haben wir hier vorne eine klinkenbuchse und an der seite wie wir sehen haben wir einen usb c ja buchsenanschluss da können wir dann darüber laden das ganze geht sogar mit 60 watt schnell ladung also sogar die doppelt so schnell wie der andere adapter den ich euch gezeigt habe vorteil hier ist sogar wir haben hier nur vorne die klinkenbuchse und haben an der seite die usb c buchse dran wo wir laden können drüber und ja hier gab es das problem ich meine mit meinen kabeln gab es das oder ging es aber ja hier haben wir alles vorne und je nachdem wie groß die stecker ausfallen gibt es probleme man kann die nicht vernünftig einstecken das problem haben wir mit dem fiber adapter natürlich nicht mehr und wie gesagt man kann damit schneller laden ja man steckt das einfach vorne oder an der seite in die pico ein oder in euer handy was auch immer was ihr wollt kann auch für handys benutzt werden die keine klinkenbuchse haben um damit kopfhörer zu zu benutzen und ja dann kann man den auch ganz normal mit klettband hier irgendwie befestigen wie ich schon mal gezeigt habe kann dann hier eingesteckt werden und ja wie gesagt ich habe hier wirklich kein problem gehabt das sind die modicap kopfhörer es gibt noch aktuell noch keine vernünftige haltung dafür die ist glaube ich noch in der mache von modicap aber so tut es erst mal für mich und ich kann so guten sound mit der pico genießen und mit diesem adapter habe ich jetzt auch kein problem mehr kopfhörer zu benutzen und ja ich zeige euch jetzt mal die amazon seite dazu hier haben wir das ganze noch mal in groß ja eine seite den usb c buchse und hier haben die klinkenbuchse für die kopfhörer das ganze kostet 15 99 es gibt ein 6 prozent gutschein und ja sind dann irgendwas 90 94 cent ist jetzt nicht viel aber immerhin und der andere adapter kostete 17 99 so viel ich weiß und hier haben auch noch mal dafür kann für tablets benutzt werden für für handys und so weiter und so fort aber wir wollen natürlich den faktor wie a mit reinbringen und ja dafür geht es natürlich auch aber leider der links support ist nicht vorhanden ja ich glaube auch nicht dass es aktuell wirklich ein adapter gibt der das leisten kann der uns eine klinkenbuchse spendiert und dann auch noch der links support darüber funktioniert weil man muss natürlich auch dann elektronik haben die die datenrate weiter gibt an wir haben ja ein zwischenstück und da muss dann adapter zwischen sein irgendeine elektronik die das dann weiter aufbereitet und weiterleitet und ja ist natürlich sehr teuer und das wird man dann auch nicht für 15 euro bekommen aber wie gesagt wenn ihr wirklich nicht auf die klinkenbuchse bei der pico 4 verzichten wollt dann ist das hier auch echt eine gute gute alternative für euch für 15 euro habt ihr hier einen klinkenbuchsenanschluss funktioniert tadellos habe ich jetzt schon mehrere tage benutzt und ja funktioniert genau wie der andere adapter nur dass der den vorteil hat dass die anschlüsse nicht alle an einer stelle sind und wir ja bequem mit jedem kabel da irgendwie herankommen ja leute das war es eigentlich schon kurzes video zum fiber usb klinkenbuchsenadapter oder klinkenbuchsenadapter und wenn euch das video gefallen hat würde ich mich natürlich über ein like freuen falls ihr den kanal noch nicht abonniert habt jetzt unbedingt auf abo drücken und ja ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal